Ähm, ja Dann mal ein Carpenter rauf Und auch kannst du die Tiere mitnehmen Eine Feder Und ein String Dann föhnen lassen Das ist Sieht eigentlich zu geil aus Wenn der Kompass sich dauerhaft dreht Dann muss das Ding unter mir sein, ne? Keine Ahnung, frag mich nicht Nee Ich hab da keine Ahnung von Das geile ist Wenn die Rune voll ist Dann entstehen Blitze Auf dem Alter Einmal rauf damit Boah, zu spät, fuck Rauf damit Und Bam Meine Luftruhe Mana Runde kann ich grad nicht erstellen Weil ich das nicht hab dafür So, ein Knochenmehl rauf Eins, zwei, drei Engels Was Was? Weiß ich, wo ich genau nachsuchen soll Das ist ein komisch gesprenkelter Block Also du siehst eigentlich, man sieht's, wenn das ein Meteorit ist Ja, aber der Kompass rastet genau aus, wo ich jetzt grad runter buddel Okay Keine Ahnung Angelzuckerrohr Ach, Zuckerrohrfett, okay Die nächste Rune ist dann auch gleich fertig Vielleicht checkt er das auch nicht, mal schauen Ich hoffe, ich wollte irgendwo sein Ich hoffe, ich wollte irgendwo sein Eins, zwei, drei Kompass, du verwirrst mich, ganz ehrlich Warte mal Ähm Ja Das letzte Ist dafür Kann ich ja schon mal drüber spielen lassen, das ist ja kein Problem Muss ich nämlich Vier, fünf Verwirrend Ja So, dann brauch ich nochmal Ein Block Dann hab ich auch schon mal Die drei Und die drei dann nochmal Server Jetzt kommst du nicht mehr drauf, ne? Wieso? Oder kommst du, kannst du dann auch noch machen Was machen? Server wieder an Geht schon wieder? Nö, dauert noch Startet hier neu oder was? Von selber Das ist doch immer das ständige Problem Der startet neu, ja? In dem Moment Wenn er das macht Wenn er das macht Dann ist ja gut Nicht wirklich Ja, aber es ist halt, dass er Ähm Nur den Biss macht Da kann ich mich so lange Schauen hier Setz das Internetfenster auf Nein Wasserrunde hab ich gemacht Die Manarunde Nein Achso Achso, zuerst Wohne hab ich ja noch So gezählt Stimmt, ja Aber Erdruhne hab ich ja noch Aber du kriegst ja Wenn du eine Rune her Die Rune herstellst Drei Stück insgesamt Draust du mal Okay Außer bei der Manarunde Da kriegst du vielleicht nur eine Ah, den In der Deathstick Hast du keine Wiki für Da auch da Ich hängte aber nicht eben Ich hab mir die Rune aufgeschrieben Und dann bin ich In die Eye durchgegangen Und dann hab ich mir alles aufgeschrieben Was ich brauch Da ist mein Block gut Was ich in der letzten Lootchester Ja, ist natürlich clever Von The Big Bang Fury Ja, weil Immer reingucken Wieder raussuchen Dann das raussuchen Ja, ist nervig Und dann wieder vergessen Was du brauchst Dann wieder reingucken Oh, ne Das nervt Ich denke, die Commandant Key Dann haben die halt Kurz in den Bildschirm Da und dann Scheiße Highstone, okay Geht wieder? Ne Ne, dauert noch Stand connected Ich sag dir, wann wieder geht Okay Dann kann ich mich ja Bisschen durchsuchen hier Ach, Kerl Kratz Geht wieder Ja, ich guck sofort Ich guck sofort Items Wo braucht man den Skystone denn? Hä? Braucht man den denn? Weiß ich nicht Oh, Alter Jetzt bin ich schon wieder hier What the fuck Ja, ich musste eben auch nochmal Die Ingalls wieder herstellen Nein Mein Port Alter, wie komme ich jetzt hier weg? Meine Portabel Ne, oder? Warte mal, ich habe die Wasserrunde Die Airrunde Die Firerunde Und da brauchst du noch die Erd Und die Mana Okay Pasch schon Denn Ja Weil Das muss noch beides auf Zack, zack So Zwei Vier Fünf Okay Eine Rune Die brauche ich Die Hier so ein MA Interface Die 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 Braucht das doch nicht Das dein Auftunet Okay Die Labusblöcke Wir wissen, für was man den Skystone braucht Das ist der Zucker Glaube ich Ach, für den ML Controller Braucht man den Für nichts anderes Scheint so, ja Nur für den ML Controller, ja Okay Aber Skystone heißt doch, dass er eigentlich irgendwo eine Lüfte sein muss Ja, das kam doch aus der Luft Das Zeug Aber es liegt auf dem Boden rum Ja, ja Liegt nicht auf dem Boden rum, sondern das ist ein echter Meteorit, der runterkam Okay Dann ist fast die Erde Hab ich nämlich auch schon gesehen gehabt So Ja, ich weiß Ich weiß, du drehst dich hier rum wie ein Beklopter, wir müssen woanders hin Ihr hessigen Endermen Wo seid ihr? Ich brauch eine Enderperle Das ist geil Sonst sind die Endermen zuhauf da Aber wenn du die mal nicht brauchst, dann sind keine da, ne? Ja, das hatte ich aber auch schon Das ist schlimm Ich hätte ja nicht so das Problem, wenn man mir mein Enderperle nicht geklaut hätte Ja, ja, ja Ist das so? Ah, ich muss Scheiße, ich komme jetzt gar nicht mehr zurück Ich muss jetzt einfach Wort nach Hause machen Wow, fast in die Schlucht reingefallen Fuck Halt's Maul, du Arsch Deine Schadenfreude immer echt Ach, schön Pisser Boah, war das knapp Bin ja schon ein Stück runtergefallen, eben Da sind die Öfen, treffe ich von mir Autsch Autsch Poison, Evi Boah Ja, die vergiftet ein Scheiß Pflanze Ich bin schon gewundert, wer hat mich denn da jetzt gehauen Boah Ist auch geil, hier ist eine Blume Da rennst du nur gegen diese Die Weichen, Lilly Da kannst du nicht durchrennen Alle Pflanzen rennst du durch, aber da nicht Oh, da klingt ich komisch Hallo Zombie Oh, ich muss jetzt mal was essen Das ist ein Enderman 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 Och, auch noch ein Skelett in der Nähe Zwei Stück natürlich noch Komm, mach bumm Mach bumm Ja, mach bumm Nur weil die Skelette angeschossen haben Hat ein Creeper sich bei dir hin in die Luft gejagt Oh So So kannst du ja auch loswerden Wow Nein, so plenty Wow, ich bin gleich tot Oh, doch nicht Eine Enderperle Ich freu mich Nein, so plenty Warum nicht? Fick dich Warum und dann keine Wie dreht der sich schon wieder? Wie bekloppt der Keine Ahnung Ich weiß nicht, wie das geht mit dem Och Ja Jetzt habe ich Enderperle Und jetzt ist ein Enderman bei uns in der Nähe Nein, nein, nein Nicht explodieren Nicht explodieren Lass das Ja Boah Diese Falling Knight Die rennt dir Kilometer weit hinterher Fick geil Dreckssicher Nein, ich will nicht sterben Komm ab Fuck Enderman Ja Enderman Warum spawn ich hier hinten Wenn ich da Wo du zuletzt geschlafen hast? Ja, aber habe ich aber nicht gepennt Hast du dein Bett vielleicht einmal abgebaut gehabt? Nein, hatte ich nicht Okay Außer jemand komme auf die Idee, das zu machen Negativ Nigger Sagst du? Nigger Was ist mein Schwert jetzt da? Irgendwie welche Blöcke in der Nähe So Tod Kann sein, dass jetzt erstmal gleich ersauft in Lava Ja Du machst das schon Wirklich Ich hab mich einfach straight nach unten Zwei Ender Bär Warum der so ausrostet? Weiß ich nicht Ich bin bei Bad Walken zu mir zu verarschen Ich verwirr das Nö, dich verwirrt doch alles So Manorune fertig machen Das Gute ist, ich könnte jetzt noch eine machen Okay Dann macht er Was habe ich für ein Portal da hinten? Ich hoffe nicht, ich bin gelb So Ja, ich meine Manorune habe ich ja noch eine, aber Äh Ja Das labere ich da eigentlich für den Scheiße Viel Hm, ich merke es gerade Weißt du was? Ach, Monsignor Boah, ey, fick dich Du mein Zombie Willst du bei Nacht laufen? Was? Ob du bei Nacht lau- Achso, du bist hier Enderman, Enderman Ja, dem Da habe ich mir doch gerade extra geboxt Bitte So, ich kriege ein Enderman Head für Ender, ja Ich kann mal schlafen, ne? Oh, Blitze Was für Blitze? Was sind Blitze? Sind eigentlich keine mehr Ich habe das schon fertig Sind da Blitze Botanier, Botanier, Botanier Confusion Powder, Ender Soul Ja, alles Und alles finde ich gut Da kann ich alles reißschmeißen Noch irgendwo in der Alleskiste Spinner Bobble, Werkzeug, Erze Erze, ist auch Kohle drin, gut Witchery Das Ei, ne? Das höf ich dir her Nach seiner Mami Blitze Aua Siehst du Blitze? Da sind keine mehr eigentlich Klar, bei mir blitzt es Blaue Ab und zu mal Weiße Jetzt wieder ein Blauer Jetzt wieder ein Blau-Blau Sind eigentlich keine Das du blau bist, das weiß ich Ach, ich brauche ja noch mehr Lapis-Blöcke Mal gucken, man muss da hier diesen Dreistück-Quistal züchten Jack Drop ein Charge-Quistal Plus ein Lätherquartz Plus Wetzel und das Intune So, einmal so Die Hohenanordnung ist wahrscheinlich auch egal Zack 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 Kann man das mit Wasser machen? Nein, die Hohenanordnung ist natürlich nicht Egal Ähm Die Wasser kommt dahin Dann Feuer kommt dahin Und ich so so ein Char-Char Ah, Char-Char Da brauche ich aber Crystals Juh 1, 2, 3, 4 Ich brauche hier 1, 2, 3, 4 Ist ja auch egal Ich brauche mal ein Seed oder so Oh Oh, ist ein bisschen Ist schon heavy, heavy, heavy Gut, stelle ich das Ding dann nicht Ich glaube, ich stelle es hier hin Das 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 Zack 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 Dann die Platte einmal darauf, bitte sehr So So, wie war das jetzt? Das Rezept dafür war schon wieder nicht mehr Ähm Aber jetzt war ein ME-Chest Hab ich jetzt Chests Gut, dass ich noch eine Mana-Perle hab Mana-Perle Okay Ein Mana-Diamant Eine Mana-Perle Und ein Mana-Enget Ganz viele Oreys haben wir schon wieder Ja Warum auch immer Zack So Und Ein Tier Den dann nochmal Mana baden lassen Hups Soll ich auch reinschmeißen und nicht vorbei werfen So Dann Erstmal ein Magnet ausmachen Er hat bestimmt die Hälfte bei sich im Inventar Zack Wie ich das kenne Zack Und Zack Ah, fuck Zack Dann wahrscheinlich Rechtsklick einmal drauf machen Oder Mal schauen Mal so drum Kompass Dreh dich euch weiter Ist alles gut Mal leck Da glaub ich auch noch Zeug Zeug Ah, hier in der Wand Hey Zettosquad 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 Ähm Ähm Create Tears Living Walk Under the Plate Onward Alles gekauft Hier mittlerweile Hihihihi Sack Schauen Vielleicht place ich gleich mal noch ein paar Tannen Ich mag den Tannenboden eigentlich ganz gerne Ja Ja Also in welchem Boden wir sonst Keine Ahnung Zack Wenn du eine Ahnung hast, dann ist gut Ach, jetzt mal Dann ist ja gut Dann kann ich mich ja frei entscheiden Ich hab gesagt, ich hab keine Ahnung Oh, jetzt auch noch was Zeug drinnen Ich hab auch noch was Jawohl Oh, ich sehe was Boah, ich glaube, ich muss ein Video gucken dazu Ähm Da oben ist der Name Oh, ich sehe was ich Was? Ich hab keine Ahnung ja 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 ich glaube ich erst mal für den anfang ein bisschen experimentieren ja aber sowieso bestimmt müssen wir so ein me system haben ja wahrscheinlich effektiv ist ohne sowieso erst mal ein kleines gibt es keiner konsert eine heat fans mehr und sowas das ist komplett abgeschaffen worden ok noch ein bisschen heavy wie man das alles hier macht so musikalisch super musikalisch musikalisch wird die soll den blumen keiner macht das war fast das loch